Warum es äußerst wichtig ist, Ziele im Leben zu haben und wie du die derzeitige Energie nutzen kannst, erfährst du jetzt in den nächsten Minuten. Schön, dass du zuhörst. Hallo, hier spricht Margit Darrow, deine Dirola-Hex. Ja, Wahrheit, Klarheit, Ziele und Fokus, das sind der Schlüssel zum Erfolg und zur Erfüllung deiner Visionen. Entdecke die transformative Kraft von Wahrheit und Klarheit. Setz klare Ziele und richte deinen Fokus auf das Wesentliche. Tauche ein in die inspirierenden Inhalte und erfahre, wie du deine Visionen und Ideen zum Leben erweckst. Sei bereit, das volle Potenzial in dir zu entfalten und dein Leben voller Erfüllung zu erschaffen. Was ist der Schlüssel, um klare Ziele zu setzen und erfolgreich darauf hinzuarbeiten? Es ist wichtig, Ziele zu haben, weil wenn ich klare Ziele habe, habe ich eine klare Ausrichtung und dadurch kann ich mein Bestes geben und bin motiviert. Ziele helfen dir dabei, Fokus und Disziplin zu entwickeln, Hindernisse und karmische Blockaden zu erkennen und die persönlich weiterzuentwickeln, an dir zu wachsen oder an den Herausforderungen zu wachsen. Sie geben dir in deinem Leben eine Bedeutung und sie ermöglichen dir, ein erfülltes, glückliches und erfolgreiches Leben und eine Zukunft zu gestalten, wo du dir alles so richten kannst, wie du es gern hättest. Ziele geben dir die Möglichkeit, deine unbewussten oder bewussten karmischen Ängste oder Selbstzweifel in Motivation und Vertrauen zu verändern. Also definiere deine Ziele und mach dir auf den Weg, sie zu erreichen. Tipp Nummer eins. Schaff dir Klarheit. Nimm dir Zeit, um in die eine zu horchen und zu spüren. Welche Bereiche möchtest du verändern und wie möchtest du dein Bewusstsein erweitern? Du kannst auch darüber nachdenken, was du in den nächsten sieben Tagen, Wochen, Monate oder Jahre erreichen möchtest. Eine klare Ausrichtung hilft dir, deine Zukunft zu gestalten und große sowie kleine Ziele zu erreichen. Es empfiehlt sich, kurzfristige und mittelfristige Schritte oder Steps einzubauen, um deine langfristigen Ziele zu verwirklichen. Die Zwischenziele sind wichtig, weil die geben dann die Motivation oder lassen dir auf dem Zwischenweg einmal kurz stehen bleiben, Revue passieren und dass du erkennst, was du in der Zwischenzeit schon alles geschafft hast. Das sind so die kurzen Mittel-Steps. Jetzt ist eine gute Zeit für Ideen, Erkenntnisse, Pläne und Ziele und mit einer fokussierten Ausrichtung Schritt für Schritt im eigenen Tempo zu manifestieren. Kennst du schon die vielen Facetten der Wahrheit? Es gibt nicht nur die eine Wahrheit, sondern die Wahrheit hat viele Facetten und je nachdem, vor welchem Blickwinkel das sie betrachtet wird, verändert sie sich. Schau her, wenn im Frühjahr Blume hernimmst, ja, dann ist es in dem Moment die Wahrheit, dass sie nur eine Knospe hat. Im Sommer blüht sie wunderbar, im Herbst vergeht sie wieder und nächstes Jahr treibt sie wahrscheinlich mit zwei Knospen an. Aber deswegen ist die Blume keine Lügnerin, weil sie verändert einfach nur ihre Wahrheit und ihr Sein, ihr Bewusstsein und genauso ist es bei uns Menschen auch. In dem Moment, wo wir uns weiterentwickeln, kann heute eine Wahrheit morgen sich weiterentwickeln und durch das einen anderen Blickwinkel kriegen oder sich erweitern. Und die Wahrheit kann vielschichtig sein, aber Klarheit ist der Schlüssel dazu. Nur wenn du deine Wahrheit erkennst und akzeptierst, kannst du dein Leben bewusst gestalten. Dafür mein Tipp, sei offen für neue Perspektiven, hinterfrag deine Annahmen und streb danach noch einen tieferen Sinn, noch mehr Bewusstsein. Sei ehrlich zu dir und zu anderen, denn nur so findest du den für dich richtigen Weg. Such da eine für die folgenden Fragen aus und beantworte sie einfach einmal für dich. Woran glaube ich? Was ist für mich der Sinn des Lebens? Was ist meine Aufgabe und mein Ziel? Wovon bin ich wirklich überzeugt, sodass mich nichts und niemand davon abbringen kann? Die derzeitige Schützeenergie ist perfekt, um dich selbst zu inspirieren und motivieren. Die Neumann-Schützeenergie am 13.12. um 0.32 Uhr inspiriert, dass du dir Gedanken machst, über dich und dein Leben und deine Zukunft nachzudenken. Frag dich selber einmal, wo will ich hin und warum? Dieser Neumann jetzt, der bietet dir tolle Möglichkeiten, das umzusetzen. Der Schütze braucht ein klares Ziel, damit sie ein Pfeil ins Schwarze trifft. Ohne ein Ziel vor Augen fühlt sie das Leben schnell leer und bedeutungslos an. So ist es jetzt ein guter Moment, in die Zukunft zu spüren und dich zu fragen, wo sehe ich mich in den nächsten neun Jahren? Es geht darum, dich selbst klar auszurichten. Gern darfst du auch groß und weit denken, denn das gehört jetzt auch zur jetzigen Zeit. Tipp Nummer 2. Frag dich, woran du glaubst und was deine Überzeugungen sind. Überprüf einmal deine Glaubens-, Denkens- und Verhaltensmuster, denn die sind die Grundvoraussetzungen, dir auf etwas Neues auszurichten. Der Spruch Glaube versetzt Berge, der kommt nicht von irgendwoher. Wenn du wirklich von dir überzeugt bist, egal was vor dir ist, dass du jedes Hindernis schaffst, dann kannst du dein Leben genauso verändern, wie du es gerne hättest. Du bist dein innerer Motor, deine Begeisterung, deine Intuition. Das ist genau das, was es ausmacht, dass du deine Ziele erreichst. Es bietet sich jeden Monat mit dem Neumond die Chance, einen Neubeginn zu wagen. Ob das jetzt ein kleiner ist oder eine große, eine kleine Veränderung oder eine große, das ist komplett egal. Aber dieser Neumond steht speziell für mein Licht, meine Stärken und die mir Klarheit und Wahrheit bringt. Begleitet von einer Zuversicht, Optimismus, dass ich meine Ziele erreiche. Also sprich, macht Sinn, alles, was du bisher schon geschafft hast. Alle deine Werte, das, was dir ausmacht, dein Charakter, dass du dir das mehr bewusst machst. Zusätzlich geht es jetzt noch in dieser Zeit um das Element Erde. Das steht für das Bedürfnis nach Sicherheit. Es symbolisiert das Greifbare, das Sinnliche, aber auch als Stabile und die Finanzen. Und wenn es eins sicher ist, dann dass nichts sicher ist. Sicherheit im Außen ist lieb und nett, eigentlich. Also frag dich, was brauchst du wirklich, um dich sicher zu fühlen. Denn nichts und niemand kann dir aus der Bahn werfen, wenn du innerlich sicher bist. Und das kannst du nur dir selbst geben. Ich habe die Antwort mittels der Karma und Spiegelarbeit gefunden. Aber es gibt noch eine Antwort, die ich dir gleich schon geben kann. Selbstvertrauen und hohe Eigenliebe. Das ist ein positives Karma, das du täglich steigern kannst und es bietet dir ein solides Fundament, auf das du aufbauen kannst. Trau dir, den ersten Schritt zu wagen, um der Eigenliebe zu stärken und höhere Ziele zu erreichen. Wenn du mehr über meine Drei-Schritte-Anleitung erfahren möchtest, lau ich dir herzlich ein. Du kannst es gerne auf meiner Homepage runterladen, www.tirolerhex.at-kompass. Nutze wirklich die Chance und hol dir die kostenfreie Anleitung und probiere sie wirklich einmal für die sieben Tage aus. Es ist alles mit dabei und Step by Step beschrieben. Weil je mehr Wertschätzung du für dich hast, je mehr Eigenliebe, umso mehr kannst du im Außenretour kriegen. So, jetzt hast du sicher schon eine oder mehrere Erkenntnisse gehabt. Und sei so lieb und wertschätzend und lass mir vielleicht ein Like da oder teile meinen Blog oder meinen Podcast. So, jetzt aber ab zur Zielumsetzung. Schnapp dir einen Zettel und einen Stift oder Tipps in deine Handynotizen. Formuliere mal ein klares, messbares sowie erreichbares Ziel. Zum Beispiel, mehr Liebe in der Familie oder Partnerschaft. Hm, was würdest du dir gern von deinem Partner wünschen? Vielleicht ist es einmal eine Umarmung oder ein Dankeschön oder vielleicht einmal ein nettes Kompliment. Und oft kann es sein, dass der Partner oder die Partnerin einen kleinen Stups braucht. Ja, dann mache ich halt einmal mein Gegenüber aufmerksam. Und das kannst du zum Beispiel auf Step 3 auf der To-Do-Liste schreiben. Es ist ganz oft so, dass man halt in Vorleistung gehen darf. Anfangen tue ich bei mir selber. Anstatt dich zu kritisieren, versuche dich einmal zu loben oder zu schauen, okay, was machst du super? Mach dir das mir bewusst. Und ja, dann gebe ich auch meinem Partner einmal ein Kompliment oder meiner Partnerin. Ich sage auch einmal, für was ich dankbar bin. Das sind Sachen, wo ich sage, wenn ich es selber gern hätte, dann darf ich auch einmal in Vorleistung gehen. Step 4. Setz Prioritäten und Veränderungsmaßnahmen. Mach zum Beispiel ein Morgen- oder Abendritual. Im Endeffekt, ich baue das in meinen Alltag ein. Wann ist eine Umarmung? Wenn der Partner heimkommt, ich sage, okay, ich umarme einfach nur einmal und sage, hey, Schatz, schön, dass du da bist. Oder in der Früh einmal, guten Morgen, mein Schatz, ich liebe dich. Oder am Abend sich zusammenkuscheln, gemeinsame Meditation machen, sich eine Ruhe zu gönnen oder einmal Zeit für Gespräche zu nehmen. All das sind ein paar kleine Ideen, die du für dich umsetzen kannst. Und solltest du mehrere Ziele haben oder Veränderungspunkte, dann bitte mach eins nach dem anderen. Und dabei noch ein cooler Buchtipp. Disziplin statt Motivation von Wolfgang Kamper. So, und auf der Zielgeraden zum persönlichen Glück, so gelingt es da. Konzentrier dich auf langfristige Pläne und Lösungen. Pragmatische Entscheidungen sind oft erfolgreicher als irgendwelche spontanen Horuck-Aktionen. Alle Pläne und Vorhaben in Bezug auf deine eigene Berufung haben jetzt kosmischen Rückenwind. In Ruhe einmal hingesetzt, um die eigenen Strategien zu überdenken, mit dem bist du auch ganz vorn dabei. Die karmischen Blockaden und die hinderlichen Spiegel erkennen, bereinigen und positiv verändern. Das ist das A und O. Zusätzlich zur Selbstreflexion, Eigenliefersteigerung und dass du dir für dich speziell einmal Zeit nimmst zum Ohrkommen, zum Entspannen und dir auch Ruhephasen gibst. Weil wenn du immer nur auf Speed bist und immer nur ein Ziel dem anderen nachjagst, dann vergisst du komplett das und übersiegst das, den Moment, wenn ein gewisser Zwischenstep erfolgreich gemacht worden ist, kannst du den nicht mehr genießen. Und die sind aber ganz, ganz wichtig, weil die geben nochmal einen eigenen Vorwärtstrieb. Nutze jetzt die Zeit, um eine Struktur oder einen Plan zu machen, wie so die nächsten Monate, Wochen für die sein. Der Vorteil, wenn du dir das jetzt schon in einen Plan eintragst oder irgendwo aufnotierst, dann wird die Energie schon freigesetzt. Und dann vermeidest du so automatisch schon gewisse unnötige Zwischensteps, sondern du kannst dich richtig gut darauf fokussieren. Die Zeit jetzt ist extrem förderlich für Verhandlungen, für Gespräche, für Reisepläne, Seminare und Fortbildungen zu planen und ideal neue Verträge und Möglichkeiten umzusetzen. Denn es startet am 13.12. und geht circa bis Mitte Jänner, also ungefähr bis 19.Jänner. Also nutze die Energie für dich. Und speicher dir vielleicht meinen Blog oder Podcast, um es dir später nochmal anzuhören, aktiv durchzuarbeiten. Es sind ganz viele Sachen mit drinnen, dass wenn du es ein zweites Mal anhörst, du sicher hörst, dass du beim ersten Mal vielleicht überhört hast. Auf meiner Homepage hast du auch die Möglichkeit, einen kostenfreien Infocall zu buchen. Nutze die Chance einmal. Unter die Einzeltermine einfach einmal durchschauen. Da steht überall das kostenfreie Infogespräch. Einfach buchen, 15 Minuten, die dein Leben verändern können. Also, hier jetzt noch ein paar Selbstreflexionsfragen. Frag dich selber, welche Ziele möchte ich in meinem Leben erreichen? Woran glaube ich und woran glaube ich nicht? Wie viel Kilogramm wiegt momentan die Last, die auf deinen Schultern liegt? Vielleicht hast du irgendwo zu viel Verantwortung für andere übernommen und zu wenig für dich. In welchen Bereichen vergisst du auf dich und schaust zu viel auf andere? Wie viel Freude erlebe ich gerade in meinem Leben? Und mach mir die Situation mehr bewusst. Und was hilft mir am meisten, wenn ich unter Druck oder Stress etwas hinkriegen muss? Überleg das einmal und mach dir Gedanken drüber. Da bin ich überzeugt davon, dass du Lösungen findest, die du zukünftig wenn du dich bewusst einbaust. Definitiv mehr Erfolg damit hast. Lass dir Fragen einmal auf dich wirken. Und wenn du keine Lösung dafür finden willst oder lieber jammerst, dann mach dir aber auch bewusst. Es wird dich nicht zu einer positiven Veränderung in deinem Leben bringen. Du darfst dich, dein Denken, Fühlen und Handeln und an das, was du glaubst, verändern. Und nur so kommst du aus deinem Alltagstrott raus. Aber das ist, glaube ich, logisch, oder? Ja, klingt leichter, als wie manchmal umgesetzt. Ja, ich weiß, mir geht es auch manchmal so. Und wenn du ernsthaft was verändern möchtest, findest du auch eine Lösung. Ja, und dann kommen wir auch schon zu einem Lieblingsthema von mir. Ausreden. Ausreden findest du nur dann, wenn du nicht wirklich was verändern willst. Also, ausreden adieu. Lerne, Verantwortung zu übernehmen und dich vor den limitierten Glaubenssätzen zu befreien. Durch die Karma und Spiegelarbeit noch mit schaffst du ein solides, neues Fundament, mit dem Unmögliches möglich wird. Erlern eine Methode, wie du die karmischen Ängste überwindest, Hindernisse bewältigst und deine Ziele mit Entschlossenheit und Selbstvertrauen erreichen kannst. Mach Schluss mit Ausreden und starte jetzt dein Leben nach deinen eigenen Regeln. Was sind Ausreden? Ausreden ist doch nur etwas, was ich erfinde, was ich nicht machen brauche oder dass ich mich nicht verändern muss. Ja, das Leben ist Veränderung. Ich weiß, viele mögen das nicht. Aber im Endeffekt, wenn du hergehst und sagst, okay, was ist an Veränderungen wirklich schlecht? Gar nichts. Veränderungen sind super, weil Veränderungen bieten mir die Möglichkeit, dass ich mich weiterentwickele. Und Ausreden sind im Endeffekt nur Blockaden und Hindernisse, dass ich etwas nicht tun muss. Und die Ausreden haben immer eine Selbstlüge mit dahinter. Und damit verbaust du selber im Endeffekt alles. Und das macht nicht wirklich Sinn. Und das Wichtigste ist, die Ausreden verhindern, dass du deine Ziele erreichst. Wenn du dein Ziel kennst, ist jeder Weg der richtige. Erfolg hat drei Buchstaben. TUN. T-U-N. TUN. Ja, und wenn ich heute ein Ziel erreichen will, dann finde ich Lösungen und Wege, wie ich es erreiche. Wenn ich heute nicht wirklich will und mich selber belüge, ja, dann finde ich hunderttausend Ausreden, warum etwas scheinbar nicht geht. Okay? Also, wenn du dich weiter von mir inspirieren lassen willst und der Weg der Selbsterkenntnis, der für dich ist, der nicht nur in die Vollmondnächte und der Neumondnächte stattfindet, sondern dass das jeden Tag sein kann. Und wenn du regelmäßig Tipps und Inspirationen von mir willst, dann bleib einfach dran und folg mir vielleicht auf Instagram, Facebook oder YouTube. Und ganz wichtig, denk dran, dich für mehr Hexenpost anzumelden und dir so meine kostenfreie Drei-Schritte-Anleitung zu mehr Eigenliebe abzuholen auf www.tirolerhex.at slash Kompass So bleibst immer auf dem richtigen Kurs und mit den neuesten Tipps und Tricks und Mondweisheiten auf dem Laufenden. Vom Leben lernen und sich selbst mehr lieben lernen ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Also, alles Liebe und danke fürs Zuhören. Deine Tiroler Hex, Margit Daru